Wir werden jetzt gleich fortfahren. Wir schießen noch ein Mikro an und dann wird es jetzt 2-0 gehen gegen das Fässer. Wir müssen das Fässer mit dem Hauptschluss für jeden Fall. Die anderen Bayern gegen Mirko Hülgert fahrt aus Sulzmann-Nordbahn. Kommt sich gleich heran. Daniel, die Arme kommen, vielleicht mal rumreißen, probieren. Kommt, komm, auf! Ein bisschen mehr, komm, Daniel, hopp! Arbeite! Reiter, Reiter, komm! Minute! Pass mal zum Handgelenk, reiß mal rum, komm! Aufpassen, absichern die andere Seite. Nicht so nachlaufen! Aufpassen, der stürzt jetzt noch mal! Dreh dich, mitringen, mitringen! Und jetzt hopft sie durch! Stabil! Gut! Pass rein, komm, arbeite! Hopp! Die erste Runde! Geht's recht! Weiter, weiter, weiter! Gut! Sicher! Hopp! Applaus Gut! 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 Armzug! Armzug! Abweiler! Zurück! 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 Mit Arm! Gut vorbereitet! Komm, links reicht! Hopp! Links reicht! Und der kommt noch mal auf! Schiebe! 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 Von innen! Innenwart, ab! Die 0 weiter! Gut. Eins! Ey! Kein Risiko! Daniel, Armklammer! Hey! Bewuhigen! Stabil! 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 Zabil! Stabil! Tabil! Nicht so! Weg da! Raus da wieder! Raus rechts! Rechts raus! Andere Seite! Bödinger Punkt-Sieger! Daniel Ehr-Zielhausen! So hat die große Partie vor! Daniel Ehr-Kunderspiel! Punkt Blut! Adelhausen! Super! Klasse! Super! Alles gut! Bödinger Punkt-Sieger!